Das Kreml erklärte heute, dass die Ergebnisse der von der Schweiz ausgerichteten Friedenskonferenz zum Ukraine-Krieg nahezu null seien, da Russland nicht daran beteiligt war. Über 90 Länder nahmen an den zweitägigen Gesprächen auf Drängen des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky teil, die als Friedensgipfel angekündigt wurden, obwohl Moskau nicht eingeladen war. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte letzte Woche, dass sein Land bereit sei, den Krieg zu beenden, aber nur zu seinen Bedingungen. Dazu gehören der sofortige Abzug der ukrainischen Truppen aus den Regionen Saporischia, Scherson, Donetsk und Luhansk sowie die Zusicherung, dass die Ukraine ihre Pläne zum NATO-Beitritt aufgibt. Auf dem Gipfel in der Schweiz verurteilten die westlichen Mächte die russische Invasion in der Ukraine und viele wiesen Putins Vorschlag zurück. Da jedoch China nicht an den Gesprächen teilnahm und Länder wie Indien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien und Südafrika die Abschlusserklärung des Gipfels nicht unterzeichneten, erklärte Russland, der Prozess habe vernachlässigbare Ergebnisse gebracht. Wenn wir über die Ergebnisse dieses Treffens sprechen, dann laufen sie auf nahezu null hinaus, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Viele Länder haben die Aussichtslosigkeit ernsthafter Diskussionen ohne die Anwesenheit unseres Landes verstanden.